Ja, das passt ja. Aaron, zeig dich doch mal. Du bist das erste Exemplar. Vegan in der Schwangerschaft, vegane Kindererziehung. Geht das überhaupt? Darf man das überhaupt? Schadet das den Kindern nicht. Ui, Aaron, macht das Konzept nicht noch? Ja, zu diesem Thema. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wechsle gleich auf Deutsch, dass ihr alle mich auch verstehen könnt. Natürlich auch die Kati. Aber ich verstehe doch auf Schweizerdeutsch. Sie versteht auf Schweizerdeutsch, die Kati. Sie wohnt nämlich hier in Deutschland, gleich an der Grenze zur Schweiz. Und ich bin seit gestern bei ihr zu Besuch. Wir haben ein tolles Megaprojekt zusammen realisieren können gestern für das vegane Magazin. Aber dazu geht es im heutigen Video nicht. Dazu erfährt ihr dann bald mehr auf Instagram, bei der Kati oder bei mir. Worum es heute geht, ist das Thema vegan in der Schwangerschaft und vegane Kinderernährung. Und ich persönlich bin seit dreieinhalb Jahren vegan. Und ich weiss, dass wenn ich eines Tages einmal schwanger werden würde, mir eine vegane Schwangerschaft wünsche. Und natürlich auch, solange ich darüber entscheiden kann, meine Kinder vegan ernähren möchte. Jetzt habe ich aber ein Problem. Man wird so oft verunsichert, was dieses Thema betrifft. Von den Medien, von den Ärzten. Das ist gefährlich. Es gibt Mangelerscheinungen bei der Mutter und sowieso beim Kind. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hole mir für euch meine Community die Powerfrau ins Boot, die dieses Unmögliche schon zweimal geschafft hat. Und sie leben noch. Genau. Kathi lebt noch, ist wohl und gesund auf. Die beiden Kinder leben noch, sind kerngesund. Katharina Kuhlmann, vielleicht kennen Sie noch nicht alle von meinen Zuschauern. Deswegen würde ich sagen, bevor wir über das Thema vegane Schwangerschaft und vegane Kindernährung sprechen, Kathi stelle ich doch gerne kurz meine Community vor. Gerne. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich war früher in der Automobilszene. Ich war die erste in das Tuning World 2003 und war dann im Motorsportfernsehen aktiv. Und war da auch ganz recht erfolgreich. Ich war auch Unternehmerin und Produzentin. Und irgendwann habe ich aber so wie du auch gemerkt, Alter, stimmt was nicht. Seelisch gehe ich immer mehr beinahe drauf. Und habe immer die Bestätigung im Außen gesucht und dachte, das noch das doch, dann bist du perfekt. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, stopp, ich möchte nach Hause. Ich war auch schon über 30 und habe dann gesagt, wo soll denn die Reise hingehen? Ja, irgendwie soll ich mein Leben lang die Leute nur entertainen? Und mich selber habe ich total verloren und auch nie gefunden. Und somit, ja, jetzt habe ich mich gefunden und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Bin jetzt Deutschlands erste vegane Konditorin. Also ich habe mich prüfen lassen bei der Handwerkskammer, weil es gibt diesen Ausbildungsweg leider noch nicht. Und Hintergrund war der, da darf ich ein bisschen angeben, ich habe das erste Mal als Prominent, also nicht als ich, also mit veganer Küche. Hast du gemacht? Ja, genau. Das perfekte Prominent of Vox, das kennt ihr vielleicht, mit veganer Küche gewonnen. Und das hat mich natürlich mega gefreut, weil das waren alles Omnivoren, also Fleischesser. Du hast alle weggehauen und überzeugt. Ja, so ungefähr. Und vegan kann eben super lecker sein und eben auch gesund, richtig? Und habe jetzt meine eigene kleine Backstube im Haus und mache Rezepte fürs Vegan-Magazin oder auch für mein Buch. Sie ist wie ich auch Buchautorin. Ja. Seid glücklich, nicht perfekt. Mein Buch kennt ihr ja bereits. Katja hat es schon kurz angetönt, eine ähnliche Geschichte. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, nicht nur was das Private und die Karriere betrifft, sondern eben auch Buchautorin ist sie auch. Zum einen das vegane Kinderbuch, die Reise nach Veganien und eben dein heutiges Kerngeschäft, das Backen. Genau. Veganes Backbuch, richtig? Ja. Super, Kathi. Also die Kathi eine ganz tolle Frau. Ich verlinke sie euch unter diesem Video noch, ihren Instagram-Account. Schaut mal bei ihr vorbei. Für mich auch persönlich eine riesen Inspiration. Und ja, Kathi, ich würde jetzt gerne für die Community mit dir über vegane Schwangerschaft und vegane Kinderernährung sprechen. Gerne. Sehr gerne. Ja, die Kathi war für mich eine riesen Inspiration, dass auch ich den Weg zur veganen Küche, zur veganen Ernährung gefunden habe. Ich seit dreieinhalb Jahren vegan. Kathi seit 2010. Ja. Erzähl mal. Wie kam es dazu? Wie bist du vegan geworden? Oh, die Geschichte ist auch krass. Bisschen ähnlich wie bei dir. Nur, dass ich jetzt keinen Anabolika-Missbrauch hatte. Aber ich habe mich selber, sage ich mal, missbraucht. Ich bin wirklich immer ans Limit gegangen. Ich war schon einmal sehr, sehr krank und bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich hatte durch meinen extremen Stress und Lebenswandel, auch durch den Tod meiner Mutter, einfach sehr viel Raubbau mit mir getrieben. Und immer gesagt, ich schieße mich nach vorne, ich betäube mich. Also immer mich betäubt. Ich muss noch mehr. Ich muss noch besser. Ich muss funktionieren. Und einfach betäuben. Und einfach nur ins Bett fallen schlafen. Ja, gar nicht irgendwie nachdenken. Mhm. Und da war schon, hatte ich meine erste Magengastritis mit Verdacht auf ein Magencalcium, also Magengespür. Und da hatte ich schon den ersten Dämpfer bekommen und habe auch meine Ernährung umgestellt. Und habe aber den Fehler gemacht, dass ich das noch nicht richtig verstanden hatte. Ich habe zwar auf Milchprodukte verzichtet, aber es hat nicht richtig Klick gemacht. Dann habe ich das eigentlich nur gemacht, um mir gesund zu werden und wieder Raubbau getrieben. Also auch Ephedrin genommen, um fit zu sein. Du kennst das, Energydrinks. Und ich war aber völlig fertig. Und dann kam 2010, eigentlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, kam so auf allen Ebenen der Wunsch, ich muss hier aufhören. Das kann ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich war in Las Vegas. Ich fand die Stadt immer irre. Und ich dachte mir so, nee, das ist alles hier Rocky Horror Picture Show. Du bist eigentlich auch nur so eine Kunstfigur und das ist alles Fake und du bist nur da, um die Leute zu entertainen. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, ich möchte alles ändern, so wie bei dir auch. Du auch sagst, jetzt raus. Ich sag der Bodybuilding Szene adieu, obwohl du da auch ganz oben warst. Und genau da habe ich auch gesagt, ich möchte nach Hause, ich möchte meine Wurzeln finden. Und dann kam auch diese komplette Umstellung, weil es mir so schlecht ging, dass auch mein Arzt gesagt hat, sie verschleppen hier gerade einen Burnout und möchten sie ins Grab. Also er hat mich wirklich gefragt. Also du warst wirklich gesundheitlich an einem Punkt, physisch und psychisch, dass du sagen musstest, ich muss was ändern. Und dann kamst du dadurch zur veganen Ernährung. Genau. Ich vermute aber, das hat dir kein Arzt empfohlen oder doch? Oder hast du das selbst zugefunden? Also ich habe zum einen zu mir selbst gefunden. Der Heilpraktiker hat mir schon sehr viel auf den Weg gegeben. Heilpraktiker. Der hat schon gleich gesagt, warum Milchprodukte? Sie brauchen keine Milch. Erst als ich mich mit dem Thema wirklich befasst habe, Milchprodukte. Ja. Hast du realisiert, dass das für ein Übel sein kann? Ja, ich war geschockt. Für Tier, für Umwelt, für deine Gesundheit. Genau. Weil wir haben ja die Möglichkeit zu recherchieren. Ja. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht irgendwie im Internet oder so weiter. Wir haben wirklich den Zugang uns zu informieren und ich habe mir das alles mal angeguckt, noch wirklich, ähm, ich will vielleicht sagen, ich war echt geschockt. Ich war beschämt. Ich habe gedacht, wie kann ich mich an dem Tier bedienen und wie kann ich das alle Jahre unterstützen. Aber ich war so geblendet. Ich habe das glauben wollen, was die Werbung uns verkauft. Freilandeier und so weiter. Ja. Dieses Buch ist groß, das schließt. Ich schiebe es zur Seite und komme zurück zum Kernthema vegan in der Schwangerschaft. Seit 2010 vegan. Du engagierst dich auch stark für PETA, also für Tierrechte und alles. Finde ich auch mega toll von der Kathi. Und wie kam es dann, erzähl doch mal, zur veganen Schwangerschaft? Hast du das effektiv geplant? Wie war das? Okay, fangen wir mal an. Also ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass ich in diesem Leben, schwanger werde. Weil ich eben auch durch meine gesundheitlichen Probleme Polypen hatte, Zisten hatte. Und bei mir stand es eigentlich immer auf der Kippe. Sie wollten auch ständig mich unter das Messer legen. Dann war aber klar, dass ich gar keine Kinder mehr kriegen kann. Also es war einfach nur eine ganz, ganz minimale Restchance da. Und ich weiß noch, damals da eine Frauenarzt sagte zu mir, ja in ihrer Branche ist ja wahrscheinlich Kinderwunsch eh nicht drin. Und ich habe mir gedacht, wie bitte? Für was? Also ich bin genau so ein Mensch, ich habe genau so Bedürfnisse. Und da war ich echt geschockt, wie der so mit mir umgegangen ist. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das, ich bin ja sehr spät schwanger geworden. Mit 38 habe ich Aaron bekommen, mit 39 Elisa. Also man musste mich nur anhusten, ich wurde schwanger. Man sagt ja sowieso, mit 38 schwanger zu werden, das ist spät, das ist gefährlich. An der Kulturwächter schon Oma. Genau. Dann plus sagt man ja immer, ja aber in der Schwangerschaft brauchst du gewisse Nährstoffe. Du brauchst Folsäure, du brauchst Eisen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Deine Schwangerschaft war also nicht wirklich geplant, weil du eh dachtest, du kannst ja nicht schwanger werden. Also wir hatten trotzdem verhütet und hatten aber so eine Art, wie so eine, über ein Urin konnte man immer testen. Und dann wusstest du immer, das ist der rote Bereich, das ist der grüne Bereich. Und das lustige war, ich hatte aber irgendwo so eine ganz innere Stimme, als wüsste ich, es passiert jetzt was. Und ich habe dann ihn gefragt, sag mal, möchtest du eigentlich Kinder haben? Schwupp, war ich schwanger. Also es war wirklich, es war okay, wir sind bereit. Und boom, einen Monat später war ich schwanger. Und da warst du das erste Mal hier. Da waren wir noch im Training, im Boxtraining und ich dachte so, mir ist irgendwie so komisch heute. Und ich dachte, das wäre eine Magen-Darm-Grippe. 2014? Ende 14, Anfang 15? Anfang 15, im Januar 2015. Wow. Und wir waren dann auch im Boxtraining. Ja, ich habe so einen Medizinball im Bauch gekriegt. Das musst du dir mal vorstellen. Und du warst eigentlich bereits schwanger. Ja, aber er war ja nur eine Erbse, aber trotzdem. Er war trotzdem so krass. Und ja, also wie gesagt, auf Bumm war es auf einmal da. Und ich war völlig geflasht natürlich. Weil vorbereitet hatte ich mich nicht. Ich habe mich natürlich mit einer gewissen gesunden Ernährung immer befasst. Da wollte ich gerade fragen, hast du dich vorbereitet? Weil du wusstest, also es ging ja dann relativ schnell, sag ich jetzt mal. Zack, warst du schwanger. Ja, genau. Also die richtige Vorbereitung sollte man ja Monate vorher treffen. Richtig. Also wenn du jetzt sagst. Hast du da was gemacht? Oder sagen wir mal, was hast du gemacht? Du hast nichts machen können. Es ging ganz schnell. Hast du aber von dem Zeitpunkt dann, als du gewusst hast, jetzt bin ich schwanger, irgendwas speziell beachtet? Gibt es gewisse Nährstoffe, wo du sagst, die musst du sowieso beachten? Mhm. Als vegane Schwangere oder als allgemein jede Schwangere? Ja. Was kannst du dazu sagen? Also ganz wichtig ist prinzipiell, kann eine Mangelerscheinung bei jeder Ernährungsform entstehen. Also ob als Omniveau, Vegetarier oder was auch immer du für eine Diät oder für eine Lebensweise betreibst. Vegan gibt nicht Ausschuss darüber, wie du dich ernährst. Das heißt, du musst dich prinzipiell sowieso mit deiner Ernährung befassen. Ja. Das ist das allerwichtigste. Und natürlich die Beratung beim Arzt. Also ein Blutbild machen lassen. Aber ich denke, das machen Veganer in der Regel sowieso. Ich denk's auch. Und du bist ja auch jemand, du befasst dich ja sowieso auch mit der Darmgesundheit. Das ist auch nochmal ein Punkt. Nur ein intakter Darm kann auch alle Nährstoffe ins Blut abgeben. Und ansonsten natürlich ein Blutbild und dann ganz klar gucken, okay, habe ich Mangelerscheinungen? Wie kann ich sie durch die Ernährung decken oder wieder aufpäppeln? Oder kann ich eventuell supplementieren? Und auch da gibt es ganz, ganz viele tolle vegane Quellen. Ja. Also zum Beispiel Omega 3 ist ja auch so ein Thema. Warum soll ich denn den Fisch nehmen? Wenn du direkt zur Pflanze greifen kannst. Genau. Und der Fisch ist ja auch die Alge. Nimm dort das Algenöl und wir ziehen das Algenöl wieder aus dem Fisch raus. Das ist ein Blödsinn. Also dann nehme ich doch gleich die richtige gesunde Quelle. Ja. Und so gibt es Möglichkeiten. Genau. Definitiv gibt es Möglichkeiten. Ich denke, was wichtig ist, Omega 3, wie du es gesagt hast, Folsäure. Alles, was ich nicht habe, kann ich auch dem Kind dann nicht geben. Ja. Dann würde mich noch sehr interessieren und ich glaube die Community auch. Viele sind vielleicht schon verunsichert worden. Sowieso, wenn sie sich vegan ernähren, dass ihre Frauenärztin ihrem Arzt erzählt. Dann gibt es vielleicht manchmal, ich habe einen Eisenmangel. Ach, das ist, weil sie vegan sind. Alles solche Sachen. Wie war das für dich, als du schwanger warst? Erstens mal, wie hat dein Partner reagiert, der Vater der Kinder? Hat er da direkt Verständnis? Generell, dieses Verunsichern von Nicht-Veganern oder eben auch von Ärzten. Hattest du das auch? Hat dich dein Arzt versichert, der Frauenarzt versichert? Ach, alle haben mich verwandelt. Ja, alle. Sag doch mal da, was vielleicht ein bisschen Zuspruch auch vielleicht an Leuten so geht. Oder was du hier geschrieben hast. Ja, genau. Im Vegan-Magazin. Sie ist übrigens auch Kolumnistin im Vegan-Magazin. Also du schreibst hier unglaublich viel für das Vegan-Magazin. Und hier hat die Katharina einen tollen Artikel geschrieben. Es reicht. Genau. Es reicht. Sag doch gerne, was du dazu machst. Ja, also da habe ich einfach mal gezeigt, da habe ich auch alle Mütter Deutschlands aufgerufen, zeig mir bitte eure Kinder, eure gesunden Kinder. Weil es war so, dass eine bekannte deutsche Versicherungs-, nicht Agentur, eine Versicherung einfach damit geworben hat, man dürfe nicht sich vegan ernähren in der Schwangerschaft. Also hat davor ausdrücklich gewarnt. Und das fand ich halt wirklich schade, weil das ist wieder diese Gegenstimme. Man bekommt sowieso so viel Gegenstimme im Außen. Man ist verunsichert. Und natürlich möchte man doch als Mutter sein Kind nicht schaden. Das ist ja wohl klar. Man möchte nach bestem Wissen und Gewissen nur das Beste für sein Kind. Das ist ja logisch. Aber man hat mit so vielen, man kämpft so gegen Windkühlen. Grundsätzlich gebe ich euch erstmal den Tipp. Versucht nicht auf Asphalt zu sehen. Wenn das so Leute sind, die du sowieso nicht in Anführungsstrichen überzeugen kannst, weil du musst niemanden überzeugen. Also mein Frauenarzt hat gesagt, solange ihre Blutwerte in Ordnung sind, können sie machen, was sie wollen. Hast du dann die Blutwerte regelmäßig checken? Ja. Also ich wurde natürlich ständig zu jedem Super-Doc geschickt mit den Größten. Also es war wirklich krass, wie oft ich Ultraschall machen musste und wie ist das? Also ich bin ja nur nicht 60 oder so. Also es war wirklich, sie haben schon sehr, sehr große Sorgen um mich gehabt. Aber immer wieder war alles wunderbar. Aber natürlich, das beeinflusst einen. Gerade wenn du auch zum ersten Mal schwanger bist, dann hatte ich niemanden in meinem Umfeld, bei dem ich sagen konnte, aber guck mal, der funktioniert. Weil es gab noch niemanden im Aussehen. Es gab zu wenige. Aber irgendwann wird das bei mir kommen. Ja. Irgendwann wird das bei Teil meiner Community kommen und deswegen haben wir hier eben die vegane Zweifachmame und vegane Schwangere. Und da darf ich an Carmen Herzegfie... Vegan-Schwanderer. Weil du bist schon... Ach wer weiß. Entschuldigt, wenn ich hier immer wieder auf mein Handy schaue, ich habe immer eine Frage, die ich der Kathi stellen will. Das im Gespräch, das nicht alles untergeht. Die Kathi und ich, wir reden gerne so viel. Ich habe kurz hier aufgeschaut, was ich sie unbedingt noch fragen wollte. Und zwar Kathi, kannst du verallgemeinert generell sagen, wie du dich in der Schwangerschaft denn ernährt hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich immer gefrühstückt, das habe ich immer zu Abend gegessen? Ich weiß, generell ein bisschen schwierig zu sagen, weil, wenn ich das jetzt richtig sage, du bist ja, wie ich, sehr intuitiv unterwegs. Du schaust ja überhaupt nicht auf Kalorien, auf irgendwas abzählt. Ich habe noch nicht Kalorien gezählt. Genau. Und das ist mir eben auch so super sympathisch, weil davon habe ich ja auch komplett losgelassen. Ich wünsche mir auch, dass immer mehr von dieser Kontrolle und diesem Zwang loslassen können. Aber vegan in der Schwangerschaft, wenn man halt gerade immer hört, da muss man sich besonders schauen, kommt man da vielleicht ein bisschen in die Gefahr, ach, muss ich jetzt ganz bestimmt was beachten oder mich jetzt irgendwie speziell kontrollieren. Kannst du da vielleicht allgemein etwas sagen, wie hast du dich in der Schwangerschaft gemacht? Also, ich kann euch das gleich sagen. Je mehr ihr euch vornehmt, was ihr tun wollt, es geht sowieso ganz anders aus. Weil, also bei mir war es so, wie man morgens grundsätzlich richtig schlecht. Ja. Bei beiden Kindern. Bei beiden Kindern. Aber ganz schlimm war es bei Aaron. Und da ging wirklich der Tag los, nur mit irgendwie so Salzstangen. Und ich habe ja Kaffee früher gegeben. Kaffee konnte ich überhaupt nicht. Und Gerüche. Hab es nicht riechen. Aber ich war, also was Essen betraf, ich war so wählerisch. Und zum Glück hatte ich nicht das Problem, dass ich so viel spucken musste. Eine Bekannte von mir, die musste richtig ins Krankenhaus, weil die so viel gebrochen hat. Also dann könnt ihr euch noch so viel vornehmen, wie ihr euch ernährt. Dann seid ihr froh, dass ihr überhaupt irgendwie einen Zwieback in euch reinbekommt. Also man soll sich auch nicht so verrückt machen. Ja. Wirklich genießt auch mal eure Schwangerschaft. Und denkt nicht danach, darf ich das jetzt essen? Was hast du supplementiert in der Schwangerschaft? Hast du trotzdem, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, B12 supplementierst du regelmäßig? Hast du sonst noch in der Schwangerschaft jetzt Folsäure so speziell zu dir genommen? Oder tatsächlich alles nur über die Ernährung? Nein, nein, nein. Ich habe ganz bewusst supplementiert. Wie ist jede Normale? Gibt es auch etwas an Supplements, was du kennst, was du sagen könntest, das könnte ich jetzt veganen Schwangerinnen empfehlen an Nahrungsergänzungsmitteln? Ja. Also es gibt von LaVita etwas, dass man ins Glas rührt. Und die werben auch damit, dass sie vegan sind und eben auch die Vitamine aus Streuobstpiesen und Heimischen. Kann ich auch gerne dann verlinken. LaVita heißt das. LaVita. Und dann bei ProFuel habe ich Omega-3 genommen. Also die machen ja pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, B12, D3. Ja. Wir haben ja B12 mit Folsäure auch schon drin. Genau. Und D3 mit K2, ganz wichtig, weil das D3 kann überhaupt nur aktiv werden oder richtig verstoffwechselt werden. Ja. Und K2 dabei. Ansonsten verlinke ich beides gerne auch unter diesem Video, falls es jemand interessiert. Ja. Kati, dann wenn wir gerade noch so bei diesem Thema vegan in der Schwangerschaft, Ernährung, danach die Ernährung der Kinder. Zuerst mal hast du deine Kinder gestillt und wie lange hast du gestillt? Also das kann ich wirklich ganz, ganz klar jeder Mutter wirklich ans Herz legen. Stillt. Versucht zumindest zu stillen. Wenn ihr es könnt. Genau. Ja, wenn ihr es könnt. Ich kenne leider viele, die sagen, nein, ich möchte meinen Busen nicht ruinieren oder so. Oh, bitte. Das tut mir so weh im Herzen. Mir auch. Das ist, und wenn jeder der jetzt der Meinung ist, dass man nicht stillen darf als Veganerin, das ist Bullshit. Ja. Also eine Veganerin ist verpflichtet ihr Baby zu stillen. Jede Mutter ist verpflichtet ihr Baby. Die Mutter ist verpflichtet ihr Baby. Die Mutter ist verpflichtet ihr Baby. Ja. Da ist alles zu, was das Baby braucht. Richtig. Ja. Und die Kuhmilch fürs Kalb, die Giraffenmilch fürs Giraffenbaby, die Katze fürs Katzenbaby und die Mutter, der Mensch eben fürs Kind, fürs Baby, fürs Menschenbaby. Also auch wenn es da nicht geht. Ich hatte leider Stillprobleme. Bei mir war das leider so, die Beratung war leider nicht so gut. Ich war wie gesagt völlig überfordert mit dem Thema. Es war auch bei mir eine sehr schwere Geburt mit einem Notkaiserschnitt. Und ja, und dann war das alles so, so ein bisschen verkorkst. Dann musste ich leider auch dann schon zufüttern, weil ich nicht genug Milch gegeben habe. Leider. Das war... Notkaiserschnitt, sorry wenn ich dich unterbreche. Das war aber jetzt nicht, könnte es ja jetzt sein, dass einige gibt, ach ja, das hat mit der veganen Ernährung zu tun. Nein. Das ist ja bei dir, weil du halt generell sehr schlank bist. Also das sind alles andere. Ja, das kann ich kurz erklären. Also es war so, ich habe eine sehr schmale Hüfte und ich habe den Aaron da eingekesselt wie in einem Schraubstock. Und dabei, durch diesen Druck, ist mir der Knochen aus dem Becken. Also ich mache auch keine Angst, das kann... Ja. Das passiert vielleicht... Das hat nichts mit der vegan zu tun. Ich hatte mal als Kind einen Spagatunfall und wahrscheinlich ist das die Ursache. Ja. Auf jeden Fall drohten seine... Deine Herztöne drohten immer weiter schwächer zu werden. Dann gab es Not. Und dann gab es eben diesen Notkaiserschnitt. Dann hast du ihn aber dann gestillt. Ja, ich habe es versucht. Und wie lange? Ich war so wenig. Ja. Und dann ging es dieser blöde Kreislauf los. Das heißt, meine Milch war sehr, sehr wenig. Dieser richtige Einschub hat gefehlt. Und aber beim zweiten Baby, die habe ich gestillt wie ein Weltmeister. Und die haben die auch echt kaputt gemacht. Nach vier Monaten habe ich gesagt, Elisa es reicht. Jetzt alle halbe Stunde hatte die Hunger. Wow. Also ihr seht, Power-Mama, die hat echt Erfahrung. Ich glaube, ich habe kein Video auf meinem Channel, wo ich nur zuhöre und rede. Das ist auch für mich gerade alles neu. Mega viel Information. Nehmt es mir nicht übel, denn ich gar nicht groß mitreden kann. Aber deswegen... Nein, das ist super. Ich bin mega froh drum, weil es ist so wichtig, was du sagst. Und ich glaube, es sind so, ja teilweise schwierige, teilweise nicht so schöne Erfahrungen, aber auch wichtige Erfahrungen. Aber sie prägen auch und sie möchte auch anderen Mut machen. Das finde ich eben sehr schön. Die, über die man sich selber so verrückt macht, muss man im Nachhinein sagen, ist doch alles egal, aber dein Kind ist gesund. Meine Güte. Aber ich finde das super, dass du zeigst, dass man vegan sein kann, vegan schwanger werden kann, vegan stillen kann. Und dass das funktioniert, dass du kerngesund bist, die Kinder kerngesund sind. Zu diesem Thema, Gegenschluss, die Frage, wie ernährst du deine Kinder vegan? Jetzt erstmal würde ich gerne wissen, was kochst du ihnen, was servierst du ihnen? Was haben die so für ein Essverhalten, sage ich jetzt mal? Okay. Zuerst mal die Frage. Also ganz wichtig möchte ich da zuerst mal sagen, falls wir dir sagen, wieso zwingst du deine Kinder zur veganen Ernährung? Das ist kein Zwang. Weil meine Eltern haben mich auch nicht gezwungen, Fleisch zu essen. Diesen Vorwurf gebe ich ihnen ja jetzt ja nicht zurück. Sondern nach bestem Wissen und Gewissen möchte ich meine Kinder ernähren. Und ich möchte aufklären. Ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich auch in meinem Buch auf das Thema befasst. Welche Tiere haben Recht auf Leben und Liebe? Welche nicht? Und Schwein als Hauptfigur da sprechen kann und im Kinderzimmer schläft. Das wird natürlich nicht auf dem Grill landen. Ist ja klar. Aber wieso ist das so, dass manche Tiere kein Recht auf Leben und Liebe haben, sondern ganz normal ist, dass wir eben da die Milch trinken oder dass wir die eben grillen. Das heißt, Aufklärung ist super wichtig. Und meine Kinder dürfen in Anführungsstrichen alles essen. Sie können gerne auch mal probieren. Da sage ich nicht nein. Allerdings bei der Wursttheke sage ich nein. Und das Lustige war aber, dass meine Tochter, die ist jetzt zwei, die liebt vegane Leona. Das ist ein Aufschnitt. Ein heller Aufschnitt. Ich weiß gar nicht, den kennst du. Und den gibt es in ihm in vegan. Und dann hatte sie tatsächlich mal Kontakt mit einem echten Wurstbrot. Ist da natürlich ganz neugierig hin und sagt dann BÄH! Also sie hat es gereicht abgelehnt. Sie hat es gerochen und sie mochte es nicht. Also was machst du denn, Kathi, wenn jetzt deine Kinder zum Beispiel zu einem Kindergeburtstag eingeladen sind? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass ich dann sagen würde, naja, jetzt nehmen sie halt mal ein Stück von einer nicht-veganen Torte. Werden sie jetzt nicht gleich krank werden von sofort. Würde ich jetzt persönlich die fünf mal gerade sein lassen. Aber ja, freuen tut es mich natürlich schon nicht. Und ich möchte natürlich schon, oder ich wünsche mir auch, dass es in Zukunft mehr vegane Mütter gibt. Du darfst vegan backen. Dank deinem Buch zum Beispiel. Aber wie machst du das? Wie siehst du das? Was machst du, wenn du deine Kinder jetzt zu Freunden schickst, wo du weißt, die sind nicht vegan? Oder im Kindergarten, wenn die da was essen. Was machst du da? Was redest du? Also wir hatten neulich Besuch von der kleinen Body. Die ist drei und die hat ganz klar gesagt, ich bin aber Veganerin. Also sie hat ganz klar jedem gesagt, hier, pass auf, ich bin Veganerin. Pass auf, was du mir servierst. Das fand ich schon mal sehr gut. Wenn das aber nicht der Fall ist, angenommen Elisa, die kann ja noch nicht richtig sprechen, die ist erst zwei, dann soll sie doch probieren. Ich finde es auch gut, weil wenn ich sie jetzt zu sehr davor bewahre, kann es natürlich auch sein, dass ich ihr sonst eine Allergie anzüchte. Entweder du eine Allergie anzüchtest oder vielleicht auch irgendwo durch eine Essstörung bringst. Das ist ja meine Vorgeschichte, wo ich immer überkontrolliert gegessen habe und dann irgendwann gesagt habe, ich will loslassen. Und das will ich eben dann auch den richtigen Grad finden, dass ich meinen Kindern sage, wir ernähren uns vegan, wegen dem und dem und dem. Und keinesfalls möchte ich, dass sie dann irgendwie zu viele Regeln im Kopf haben. Nein, das sollen sie sagen. Ich glaube, da hast du ja eben den richtigen Rand gefunden. Nein, genau, das sollen sie. Also zum einen würde ich natürlich erstmal auch mit der Mutter sprechen, die dann weiß, ach so, das Kind ist vegan. Das ist natürlich dann nicht unbedingt gerade jetzt hier die Leberwurst kriegt, die sie wahrscheinlich auch eh ablehnen würde. Ja. Aber wie du sagst, bei einer Stück Torte, ja was soll denn passieren? Klar wird sie nicht begeistert, aber das darf sie doch, sie darf auch ihre Erfahrung haben, sie wird ja nicht, wie du sagst, blau anlaufen vom Stuhl kippen. Ja, also das ist doch völlig, das bringt es ja auch nicht um. Ja. Und da finde ich, sollte man auch ein bisschen Toleranz zeigen. Ich weiß, das wollen nicht alle Veganer hören. Aber ich finde das super sympathisch. Ich glaube, du, so wie auch ich, sind überzeugte Veganerinnen, du schon einiges länger als ich, bist mir ein paar Jahre rum und aus, auch wenn man es dir überhaupt nicht ansieht. Nein. Aber ich finde es trotzdem mega sympathisch, wie du das eben sagst, wie du mit deinen Kindern umgehst. Wir sind ja da ähnlich mit der Einstellung, das ist eben das perfekte Beispiel. Vegan ist kein Zwang, das ist kein Müssen, das ist keine Diät, das sind ganz andere Hintergründe da. Und da würde mich jetzt noch interessieren, diese Hintergründe. Denkst du jetzt als abschließende Frage, deine Kinder verstehen diese Hintergründe schon? Was denkst du? Sind die Kinder sich schon bewusst, dass sie kein Fleisch essen? Oder? Oh, das ist schwierig. Was denkst du? Ich meine, die sind jetzt zwei und vier? Nein, Aaron wird im Oktober erst vier. Er wird erst vier, okay. Es heißt, er ist dreieinhalb. Ich glaube, dass ihm dieses Bewusstsein, dass er das noch nicht richtig versteht. Aber ich denke, dieses Beispiel ist immer ganz gut, da wir ja selber Tiere haben und meine Kinder lieben die Tiere, dass ich glaube ich dann immer auch diesen Bezug dazu geben kann und sagen kann, wir wollen doch aber auch nicht die Molli essen. Das möchtest du ja auch nicht. Ja, wir sehen also, eine vegane Schwangerschaft, eine vegane Kinderernährung ist absolut möglich. Katharina Kuhlmann ist da der beste Beweis. Das Ganze geht ohne Zwang, ohne Druck, ohne Müssen. Es geht total entspannt und natürlich auch kerngesund. Katharina Kuhlmann, danke für all deine wertvollen Tipps, für deine persönlichen Geschichten. Das ist mega viel wert für uns alle hier, die zuschauen. Herzlichen lieben Dank. Wie gesagt, schaut mal bei der Katharina Kuhlmann vorbei. So eine tolle Frau. Ich verlinke unter diesem Video ihr Instagram, ich verlinke ihren Shop, wo ihr eben zum Beispiel auch ihre Bücher bekommt. Das vegane Backbuch mit tollen Rezepten, das vegane Kinderbuch. Sie liefert auch in die Schweiz. Das ist ein bisschen speziell. Da müsst ihr ihr eine E-Mail schreiben. Alles verlinkt unter diesem Video, wenn jemand aus der Schweiz etwas für Kathi möchte. Du hast aber auch vegane... Mit der Witzwink. Sehr gut. Sie hat auch vegane Backartikel, alles. Also schaut mal bei ihr vorbei. Kathi, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen zum Thema an die Community, bevor wir uns dann verabschieden? Ach, ich sage erstmal vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ich dann Anja bei ihrer Schwangerschaft begleiten darf. Auf jeden Fall. Ich komme auf die zurück. Jetzt haben wir ruhig gesprochen. Ich bin da. Ich bin da. Nein, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch unterstützt. Also Mädels, unterstützt euch und lasst die Liebe in euer Herz. Das ist sowieso die Grundlage für alles und alles, was ihr mit Liebe macht. Und ich meine Kinder... Seid Liebe. Ja. Seid. Herzlichen Dank für alles. Ich danke dir. Und ja, was wir noch vergessen haben. Bald vegane Magazin. Die Kathi hat mich dafür interviewt. Also bald sind nämlich auf dem Cover hier. Mit dem Interview von Kathi und mir. Ich freue mich auf das. Ich bin froh. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss. 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 Tschüss.